Der Moment ist nun gekommen. Ich habe alles Erdenkliche vorbereitet. Ich habe jetzt meine Ausrüstung auf dem Maximum, was überhaupt möglich ist. Also ich bin bereit vor der Really Big Fight und ich würde sagen, teleportieren wir uns hoch. Da geht's rein. In den Hängen der Octo-Turannei. Na dann, los geht's. Was passiert jetzt? Das Ufer. Was hat's vor? Es wirbelt, es geht durch und verschwindet. Der Riesen-Elektrofels. Nummer 3, das ist eine Falle. Kommt bloß nicht näher. Die fällt aber früh ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Wir lassen dich dort nicht einfach im Stich. Ich würde sagen, stellen wir uns erstmal ein. Die Bombe ist eingestellt. Ich bin ready. Geladen bin ich. Fangen wir an. Und der Octo-Weiß wird eingesaugt in eine Maschine. Wow. Das hier haben wir in die ganze Disco-Anlage fast. Darf ich mir vorstellen, der Final-End-Boss. Der hat gerade sein Swag präsentiert. Und seine Coolness. Ich bin DJ Octo-Turio. Ich werde mir zurückholen, was mir gehört. Na dann fangen wir an. Ich bin bereit. Ah. Dann kommst du her. Und friss. Vielleicht kann ich mit dem Inselbaum sogar mehr reißen. Ich weiß nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Was wäre für diese Bombe voll der Gegenfeuer? Hä? Hat nicht gereicht? Also nützt die Inter-Bombe nichts. Gut. Weiß Bescheid. Ich dachte, sie nützt was. Aber... Gut. Dann gehe ich eben die Bombe einschalten. Ja. Boom. Na dann. Wollen wir fighten? Oh, jetzt geht's los. Bleib. Jetzt geht ab. Ich bin bereit. Geht an. Dann komm. Uuuhh. Friss. Uuuhh. Komm. Ja, genau. Mal. Und auf die Fresse. Runde eins gewonnen. Jetzt legt da gar alles auf. Oh nein. Jetzt kommt er. Oh nein. Oh nein. Die Oll-Boje. Friss deine Faust. Friss die doch mehr. Ja. Das war's. Das können wir gebrauchen. Oder auch jetzt noch nicht. Ja, hab ich. Und das hab ich auch. Jetzt gehen wir auf Angriff. Komm, 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 komm. Stech, stech. Der will abhauen, der Sack. Oh mein Gott. Der Sack will wirklich abhauen. Ja. Friss. Ah, das Gesicht. Oh nein. Jetzt kommt das komplette Programm. Aber leider triffst du voll daneben, du Hund. So daneben. Tja, kannst du halt in den Bietigut hinklarkommen, oder was? Und du willst DJ sein? Schäm dich. Du hast mich gehabt. Vielleicht, du Sack. Vielleicht? Das war's. Was heißt das jetzt? Das war's. Nimm das. Oh, eskalieren wir jetzt gleich ein bisschen. Und friss deine eigene Medizin und komm in die Quere. Friss das einfach. Und friss. Ach, du Arsch. Nimm los, meine Scheren. Ähm. Warte, was? Da hast du noch. Jetzt geht er wirklich aufs Ganze, ne? Ich hab keine Chance gehabt, den auch anzugreifen. Verdammt. Schick deine Fäuste los. Und friss. Und friss die auch. Rösterung, Phase 2 aktiviert. So. Deine Bomben werden dir gar nicht setzen. Oh, der setzt immer noch auf die Heupoja ein, alter. So ein... Das werden wir ja abwehren. Und das auch. Yeah. Ich bin bereit. Nein. Ich muss jetzt mal den erst mal von daher wegjagen. Oder mit dir ist gar nichts. Aber der hat ja eh nicht mehr lange zu erleben. Den holen wir jetzt uns. Oh, jetzt geht's los. Phase 2. Der Konner war gut. Konner war gut. Nochmal, komm. Na, bitte. Wer sagt's denn? Macht's dem Fun, Octavio? Macht's dem Fun? Ich glaub, der ist jetzt... Der ist nicht. Der... Ich glaub, der hat jetzt... Der hasst auf mich. Den Kampf, wenn man so... Der Kampf... Jetzt legt er alles auf. Oh, verdammt. Geheimflächen auch noch. Du bist ein kleiner Bastard, ne? Oh, verdammt. Schick deine Fäuste los. Na, bitte. Sag doch. Die kommt doch so langsam mal. Verteidigungstufe 3. Jetzt bin ich ready for the big fight. Oh, der kommt mich jetzt holen. Was haben wir hier drin? Es prägt mir gerade gar nichts, die Fallabwehr auszufahren. Es prägt mir gerade gar nichts, die ganzen Angriff Waffen. Ich will jetzt Octavia aber persönlich das Maul stoppen. Der Hohre soll abisch weggejagt. Was ist das für ein Nihunzahn? Das war's jetzt. Keine Gnade mehr. Das hat er jetzt... Bis soweit mit mir umzugehen. Kriegt jetzt richtig die volle Härte zu spüren. So, erstmal die Verteidigung wieder einrüsten. Die Verteidigung läuft. Bin bereit. Herr mit deiner Faust. Du Bastard. Da kommt der Bastard. Nummer 1. Nummer 2. Ich bin ready. Und rüber. Ich komme erstmal die Kintsuka einfach mal. Ich werde sie zwar nicht gebrauchen, aber... Man sagt mir, man braucht einfach mal irgendwo mal alles. Ja, piss dich. Oh, shit. Gut, das haben wir geschafft. Und jetzt einmal hoch mit dir. Ich kann mich abwehren. Mann, bin ich gut. Ich merke, man. Du hast echt Talent, Alter. Und deswegen kriegst du mit deiner Faust Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer aufs Maul. Komm her, Alter. Komm. 1 gegen 1. Das war ein Stempelkissen. Ah, verdammt. Das war jetzt knapp. Nummer 1. Nummer 2. Was? Ich hab's abgeblockt. Der... Das ist das... 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 Das ist das mal her, Alter. Warum kann ich sie blocken? Der schickt seine Abwehr voll... Der... Ich weiß, ich hab's im Molo... Wer ist das... Okay. Haben wir abgeblockt. Genau. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Einfach draufhalten. Sonst hab ich gar keine Chance. Was ist das für ein Lied? Hey, was ist hier los? Warum dänze ich? Kein Satz, äh... E-Tour Nummer 3. Jace, jetzt fahr ich da rum, du Arsch. Das ist doch... Ich bin strong. Das ist genau die Musik. Die Seasirons. Jagt deinen Engel nicht so in den Schrecken ein. Und dann bitte rette unseren Opa. Na dann, let's go. Final Rounds. Das ist jetzt die wirklich finale Runde. Den können wir uns jetzt holen. Der wird jetzt alles ausmachen, was er hat. Selbst seid ihr drei... Zwei große Niesenpäuste. Das kann ja nämlich gar nicht umgehen. Komm her. Lass es uns auf ankommen. Oh, die Verteidigung ist bereit. Schick deine Fäuste her los. Der schickt sie her. Oder doch, jetzt schickt das sie her. Jetzt hat er gemerkt, dass er keine Wahl mehr hat, als sie zu feuern. Ich muss jetzt gucken, ich will meine Verteidigung durchhalten. Da ist nix. Das Boden. Oh nein. Jetzt schickt da alles los. Was kommt jetzt? Schick her. Sie kommt. Nummer eins. Nummer zwei. Ich gehe noch auf Verteidigung drei jetzt. Aber habe ich jetzt nichts. Ich muss jetzt... Verteidigung aufhören. Oh Gott. Nein, ich bin jetzt bereit. Ich gehe vorhin und baue mir da hinten. So, der kann Feuer. Was ist das Zeug hält? Fick dich. Scheiße. Was ist das? Warum bin ich so scheiße? Weil ich meine Scheiße bin. Mist. Der Buster wollte mich jetzt wirklich sowas von Hopps nehmen. What the fuck? Friss deine eigene Medizin. Und kommen die wieder in die Quere. Mal noch ein Stückchen weiter. Jetzt ist es fast geschafft. Ich habe jetzt... Jetzt kommt der Final. Wenn ich das nicht habe, jetzt zu überleben, habe ich ein Problem. Ich muss es jetzt so machen. Jetzt treff! Ja, endlich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie bedauerlich. Wow. Das war heavy. Da kam fast sowas von heavy. Das wird gespeichert. Und das Vieh ist wieder da. Das ist kaputt. Das schläft. Nur den ist ja gar nicht. Wie, was soll ich aus wo? Was gibt's denn? Der Riesektor Wels ist zurück am Tinturm. Boah, echt? Das ist ja meine Neuigkeit. Oh, boah, ja. Wir werden es wohl nie erfahren. Na ja, jetzt ist er erst mal wieder da. Jo, lass uns mal mit einem Schlötchen feiern. In der Zeit, na ja. Warum eigentlich nicht? Und damit haben wir die Story durch. Stimmt, man kann sich ja färben. Das war ja bei dem, ich weiß nicht, so. Aber auf jeden Fall, das Offline-Ding schon mal durch. Aber vorbei ist es noch nicht ganz. Weil ein Park kommt ja noch, habe ich ja gesagt. Der Online-Part, auch wenn es eigentlich ein Offline-Projekt ist. Kein Online-Projekt, aber ich will so einen Online-Part noch reinballern. Einfach mal so, nochmal, mal zu gucken, wer überhaupt noch alles online spielt. Kann ja sein, dass wir noch einiges spielen. Aber ich will mich hier schon mal rauskippen, weil... Mein Fazit gibt es ja erst im nächsten Part, von daher. Wie fand ich... Ja, ich bin der Kampf... Ja gut, also... Ich sei erschaffbar, aber man darf so eine Scheiße anstellen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und natürlich Emerald Control. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020